Zwergenrüstung Bevor wir loslegen können Und die wären? Keine Ahnung Die Rüstung ist eine Legende Und die Details geheimer als das Hinterteil eines Waurwers Wir sollen für euch Teile einer Legende finden Der alte Zwergenkönig Motsognir hat zwei gefunden Das weiß jeder Aber als er die dritte gesucht hat Verschwand er Vielleicht findet ihr in seiner Festung in Konunsgard Hinweise Und seht mal hier Ein Zugangstein für Konunsgard Mit euren Namen drauf Wie seltsam aber auch Die Festung liegt nordwestlich von hier Hinter dem Svartalfe im Weltenturm Große Steingebäude Gruselige Atmosphäre Leicht zu erkennen Ich kann's kaum erwarten loszulegen Dass ich den Tag noch erlebe An dem wir wieder als Duo basteln Aber es fühlt sich gut an Vor allem für das hier Hab mich so daran gewöhnt Allein zu arbeiten Hätte fast vergessen Wie nützlich ein paar helfende Hände sind Es ist so viel leichter Skorpschlacke zu schmelzen Wenn jemand anders die Temperatur misst Das wird unsere bislang beste Arbeit Wir brauchen nur etwas Hilfe von euch Wie war eure Reise nach Jöttenheim? Lässt du sie vielleicht mal in Ruhe? Der Kleine hat erfahren, dass er ein Riese ist Da will er sicher nicht ausgefragt werden Oh, wir wussten, dass Kay die letzte Hüterin Der Jöttenheim mitgab war Darum machten wir ihr die Axt Um die Machtverhältnisse auszugleichen Nachdem Thor mit unserem Hammer herumgebütet hatte Am Ende wählte sie offenbar einen anderen Weg Sie wählte Naja, dich Euch beide Sie hat sich wohl gedacht Dass das die beste Überlebenschance für die Riesen sei Und jetzt, schätze ich Bringt alles von dir ab Na sowas Ein jünger Jötten mitten unter uns Und der Sohn von Laufey, der Gerechten Wieso habe ich das nicht erkannt? Hast hoffentlich nicht wieder mit deinem Bruder schreit Tja, nur weil er mit den Jahren weniger nervtötend geworden ist Heißt das nicht, dass ich nicht meinen eigenen Kundenstand zu pflegen habe Ach ja? Wen denn? Tja, ihr seid wieder hier, oder nicht? Stimmt auch wieder Tja, ihr seid schon wieder Tja, ihr seid schon wieder Mimil, wie nanntest du Mutter? Laufei die Gerechte? Panntest du sie? Ich hatte nie das Vergnügen. Laufei war ein Gerücht in Asgardshallen. Eine Kriegerin der Riesen, die viele Pläne der Asen durchkreuzt hat. Sie befreite ihre Sklaven, ernährte, wen sie hungern lassen wollten. Sie ist ihnen in nobelster Absicht auf die Füße getreten. Thor war schrecklich frustriert, dass er sie nie stellen konnte. Als meine Gefangenschaft begann, fragte ich mich, was aus ihr geworden ist und wer sie wirklich sein würde. Dein Stammbaum ist recht einzigartig. Und wo gehen wir jetzt hin? Ich bin froh, dass sie Brock und Zindri wieder vertragen haben. Jetzt sind sie doppelt so anstrengend. Ah, ich finde es schön, dass sie sich wieder vertrauen. Ich glaube, ich wollte Odin gerade von meiner mystischen Quelle des Wissens unterrichten. Oh, er war zutiefst beeindruckt. Ich weiß nicht, ob das, was er sah, ihm dazu verleitete, sich die Augen ausstechen zu wollen, aber ich konnte ihn rechtzeitig daran hindern. Dann überzeugte ich ihn davon, dass ihm sein Opfer eine klare Sicht gewähren würde. Ich dachte, er hätte es nicht durchschaut. Aber an dem Tag, als er mir mein Auge nahm, war mir klar, dass ich alles schaue. Wir machen später weiter. 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 Wir machen später weiter weiter. Wir machen später 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 weiter. Ja! Ja! Dann mal los! Los! Los da! Hey! 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 . . Das war's für heute. Wenn der Zwergenkönig mehr als einen Drachen gefangen hat, muss er sie für diese legendäre Rüstung gebraucht haben. Interessanter Gedanke. Und er ergibt Sinn. Fast alles an Drachen ist nützlich und enthält Macht. Zähne, Schuppen, sogar Exkremente. Exkremente? Äh, Scheiße. Drachenscheiße ist mächtig? Ja, Kleiner. Extrem mächtig. Der Kopf zieht sich ein wenig auf. Der Kopf zieht sich ein wenig auf. Der Kopf zieht sich ein wenig auf. DOSTA! Noch ein Ei! Den mach ich knapp! DOSTA! 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 Das war's für heute. 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 Junge. Jawohl. Interessant. Was ist das? 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 Warum sollte der Zwergen für nicht diese Rüstung getrieben? Was ist das? 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 Hier, Junge. Noch eins. Hier! Hier, Junge. Und Schreie. Sehr viele Leute. Ach, sind bestimmt bloß alte Geister. Opfer der Herrschaft des verrückten Zwergs. Und doch, höchst sonderbar. Sie werden lauter. Sie klingen fast wie... E-Läufer. Oh, ich bin ein bisschen hergespürt. Oh, ich bin ein bisschen hergespürt. Oh, ich bin ein bisschen hergespürt. Und ich bin ein bisschen hergespürt. Sura! Sura! Nicht vermass! Nein! Oh! Das waren viele Hehlläufer. Hey, sieh mal hier! Eine Blutspur! ... ... Hier ist ein Durchgang hinter dem Thron. Ein Geheimgang. Tja, wäre wohl kein richtiger Thronsaal ohne Geheimgang. Nur zu Knie. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier, Junge. Hm, interessant. Sollte ich mir aufschreien? Was du ihm abgenommen hast? Das müssen die drei mythischen Zutaten sein, die Brock gemeint hat. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich in meinem ganzen Leben keine seltsameren Objekte gesehen habe. Wie sollen Brock und Sindri etwas bauen aus... was immer das ist? Unterschätze nie die Zwerge. Sie sind Mistkerle, aber äußerst geschickt. Sie haben mal aus dem Zahn einer Katze und Vogelspucke eine unzerbrechliche Kette gebracht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So geht die Legende. Von einem abgetrennten Kopf sollst du keine Fakten erwarten. Ja! Das ist ein Bedeutelung. Ah! 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 Wie's hier wohl in besseren Zeiten ausgesehen hat? In seiner Blüte war Kununsgand ein herrliches Land, bevor sich der Zwergenkönig in seiner Besessenheit verlor. Wie konnte er das nur zulassen? Der Zwerg hat blind auf die Legende vertraut, ungeachtet jeglicher Konsequenzen. Dies ist das Ergebnis. Vertrauen ist ein Glücksspiel. Wie du gesagt hast, der Zwergenkönig verlor. Der Zwergenkönig verlor. Ah! 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 Was ist das? 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 Oh... 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 Oh...